Ach, der Naumann, das haben sie anders genannt. Sie wollten da einen Stoff finden, da sind sie auf den Wasserstoff gestoßen, weil sie sind zufällig da drauf gestoßen, weil da wollten sie irgendwas anderes entdecken. Wie heißt das denn jetzt da? Jetzt aber das ist der Heaven Coven, der ist, was das entdeckt hat. Ja. Ja, und der hat noch ein anderes Element gesucht. Der ist auf den Wasserstoff gestoßen. Warte mal, schauen wir mal. Warte mal. Genau, Carbon Dish imprintierte das gewonnene Gas als inflammable air. So, lies genau den gleichen Artikel wie ich. Ja, da steht es irgendwo drin erstellen. Das einzige, was am Ende noch auftaucht, ist Hydrogen. Und danach kommt dann Vorkommen und Gewinnung. Ja, aber das Ding heißt irgendwie anders. Vor ein paar Wochen war noch eine Dokumentation über das Periodensystem. Na ja. Wir spielen Snapper mit der langen... Nein, let's go. Da. Ja. Oh, das war's. Attacke Headshot Deine Neis, boiar Da oben sits there Da, young Wir haben einen Objektiv Chancen genommen. Wieder einen Disconnect oder so. Okay. Du bist so gut disconnected von dir selber. Okay. 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 Immer in Bewegung bleiben. Junge auf dem Dach oben sitzen bringt kein Glück bei mir. Dann lutsche ich gleich irgendwo. Damn Camper. Warum steckt denn Kult Andre? Ja ne von B. In deinem Haus. Zwei Stücke. Diesmal die falsche Seite. Ich bin lieber von B nach C und ich von C nach B. Ich bin lieber von B. Was ist mit dem Franzosen DLC? Ja was jetzt kommt da? März. Ich verstehe gerade nicht was das ist. Ja da kommen ja ein paar neue Waffen. Ja ich weiß. Ich muss da neue nervige Waffe einfügen meine. Wie die ganzen Sch... Bajonett scha... Von hinten. Hat er mich aufgespielt die Sau. Hat er mich aufgespielt die Sau. Ja was wüssten erwarten. Von 90% der Kitte spielen mit dem... Der Squad ist voll. Scheiße. Meins ist auch voll. Klamm. Claim down Kids. Ja der eine in unserem Team dreht gerade voll am Rat. leider Marketing. Du was gibt's nur? Schnellere Pistole. Ääh. Schnellere Pistole. Pharma stop. Ja, die ist auch mega langsam. Ähm. 19 Öfer, ist nicht schnell, aber ist ein guter Ausgewogener. Die schnellsten Pistole hat der Fahrzeugtyp. Das ist die eine Robocop-Knabe da, die Robocop-Gun. Das ist die Automatik, die 16-Schuss. Aber es gibt nicht sonst nichts schnelles. Ich werde hier von solchen kacken Taktiken erledigt, das glaubst du nicht. Ja, spiel mir mit Hirn, Junge, spiel sie aus. Ich spiel mit Hirn, aber ich bin zu clever für solche scheiß Taktiken. Da komm ich nicht drauf klar. Das hat nichts mit Til zu tun. Das sind einfach Taktiken, die ich seit Jahren nicht mehr benutze, weil ich aus dem Alter raus bin. Ja, aber die Ziegen halt bei dir in dem Sinne. Leider ist so. Ich bin einfach an meine Hit-In-Run-Taktik gewöhnt, ey. Der hat mich auf dem Scott geschmissen und zugemacht, weil ich ihm gesagt habe, das Kind soll runterkommen, ey. Voll geil. Hat er in Team Chat, äh, hat er in In-Game-Voice an, kommt er das? Nee. Alleine dass der, alleine dass er das, das die Squad zumacht, das ist schon geil. 13,6, es geht doch. Einige Mausen, aber flaggenmäßig, muss ich mir näher ran. Ich muss näher an C. Toll, wir haben, wir haben eine C, aber dafür haben wir eine B. Da sind so viele Leute um C, trotzdem haben wir C nicht. Ja, 100p. Wieviel Sterne hat er auf der Hellriegel? Ich habe keine Ahnung, ich gucke auf sowas nicht. Sagt ungefähr aus, wie lange er die Knarre spült ungefähr. Weil pro Stern sind das ungefähr 1000 Kills. 1000 Kills sind das. Pro Stern sind das 100 Kills. Kack, Noob. Ah, scheiße, wo waren das mit 1000 schon, ne? 3 oder 4, ich weiß es nicht. 2, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ah, Bad Company 2. Da ist es eins, man darf es nicht. Du darfst doch bei 10.000, denn du kriegst den Plattenstern. We have lost objective, Edward. Das ist die Sprache für den öffentlichen EA. Ich kann das Sprache nicht schreiben. Das ist kein Sinn. Das ist die Sprache für den öffentlichen EA. Ich kann das Hilfe. Das ist die Sprache für den öffentlichen EA. dünner spieß 2 einmal die drei extra scharf player saugt danke Danke. Äh. Ja. Haben wir ein leichtes Panzerproblem. Das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir D verloren, jetzt haben wir C dafür. Was soll der Scheiß? Ja.